Hallo Internet! Dieses Jahr räumte The Legend of Zelda Breath of the Wild einen Preis nach dem anderen ab. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sich die Macher jetzt auf ihrem Erfolg ausruhen. In einem kürzlich erschienenen Buch, The Legend of Zelda Breath of the Wild Masterworks, bestätigte Aichi Aonuma, dass es ganz normal ist, dass sie bereits am nächsten Titel arbeiten, bevor der letzte Teil überhaupt erschienen ist. Außerdem erklärte er in einem Interview, dass er sehr hofft, die Recken auch in zukünftigen Spielen einsetzen zu können und dass sein Lieblingsrecke Miefer ist. Bis zur Ankündigung dauert es wohl noch eine Weile. Bis dahin können wir immerhin den DLC spielen. Nachdem sie in der Lootbox-Kontroverse selbst hoch in der Kritik standen, gibt es das erste Update für Need for Speed Payback jetzt für Lau. Und das ist auch gar nicht mal so klein. Speedcross umfasst 16 Events, also vier für jede der vier Zonen. Außerdem werden mehrere neue Autos implementiert, unter anderem der Mini-John Cooper Works Countryman, in dem man die neue Story spielt. Außerdem sind weitere herrenlose Wagen über die ganze Map verteilt, die man auch behalten kann, wenn man denn der Polizei entkommt. Fünf zusätzliche Autos, die bisher vom Gameplay gelockt waren, sind außerdem sofort spielbar und auch die neue Strecke hat es ziemlich in sich. Des Weiteren reagieren Ghost Games auf Kritik zum Spiel. Das Spiel sei zu grindy und auch die Karriere sei ein bisschen zu schwierig. Deswegen werden sie dazu auch in Zukunft neue Updates bringen. Bis dahin könnt ihr das neue Update spielen erst mal. Das ist ab morgen verfügbar und wie gesagt komplett kostenlos. Eigentlich sollte man Freitag der 13. mit Freunden oder mit Fremden spielen, die bereit sind, ihr Mic zu nutzen. Aber die Götter des Solo-Players sind uns gnädig, denn Illphonic implementiert einen Modus, in dem man als Jason gegen Bots antreten kann. Außerdem wird auch das maximale Level von 101 auf 150 angehoben und morgen startet außerdem das Weihnachtsevent. Das ist im Gegensatz zu den Events anderer Spieler ein bisschen traurig, denn eigentlich ändert sich nur die Drop Rate der seltenen Items. Am 23. Dezember startet die zweite Phase des Weihnachtsevents. Da findet man häufiger Tapes von Pamela und Jarvis. Ebenfalls vom 23. bis zum 2. Januar bekommt man doppelte CP für alles außer Level. Jason Voorhees hat zurückgekommen. Er hat meine Freunde töten. Wir brauchen dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir brauchen dich jetzt! Zum Abschluss noch eine gute Nachricht für alle Monster Hunter Fans, die bei der letzten Beta nicht dabei sein konnten, weil sie kein PlayStation Plus haben. Am 22. Dezember startet nämlich eine zweite Phase, an der diesmal alle PlayStation 4 Besitzer teilnehmen können. Auch der Multiplayer-Modus soll freigeschalten sein. Mein Feiertagsprogramm ist damit jedenfalls geregelt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald!